Eigentlich könnte ich ja gleich direkt in der U-Bahn übernachten, weil da muss ich gar nicht mehr dazwischen heim. Tag 5 bei Die Zeit läuft speziell, heute der Start am Sendlinger Torplatz. Da ist jetzt niemand, schauen wir mal nach oben, vielleicht ist jemand da. Wenn nicht, dann suche ich. Ja, Freule! Ja, ich schaue jeden Tag die Sendung an. Ich war da an der Beri. Ja, ich bin die Rita. Jeden Tag? Ja. Und jetzt hat die Rita gestern gesagt, der geht an den Sendlinger Tor, der Kimi. Genau. Da bin ich, starte ich. Das geht ja schon vorher los, bevor es losgeht. Rita, Nummer eins. Ja, danke. Dann brauchen wir nur noch sieben. Wunderbar. Auf geht's. So geht's. Ihr geht ohne Stress auf die Wiesen? Ja. So was gibt's noch? Ja, Wahnsinn. Ein bisschen extra aus der Schweiz angereist. Darf ich euch zum Essen einladen? Ja, gern. Ich suche acht Personen, die ich zum Mittagswiesen... Ja doch, und ihr müsst auch keinen Hampelmann machen. Ja, wenn man so verliebt ist, hat man Hunger, oder? Und Durst. Und Durst. Und Durst. Ich habe eine Lösung dagegen. Ich lade euch zum Mittagessen rein. Ja. Dann habt ihr keinen Durst mehr und keinen Hunger mehr. Und ihr müsst nichts zahlen und ihr müsst euch keinen Kasperl machen. Ja, super. Bitte wie, was, wo? Ich muss nur mich keinen Kasperl machen. Also kann ich faxen. Ja, super. Es ist kein Hacken. Also eins, zwei, drei habe ich schon. Acht, die brauche ich, dann mit euch sind wir fünf. Ja, grüß dich nachher. Hast du einen Hunger? Schweinsbraten würde ich... Einen Schweinsbraten. Du hättest mir Schweinswürstel. Schweinswürstel. Habt ihr einen Hunger? Schon, ja. Und Durst? Auch. Jetzt stellt euch mal vor, da kommt so einer vom Fernsehen und sagt, ich lade euch jetzt zum Mittagessen rein und du musst keinen Kasperl machen. Was machen wir dann? Das hört sich gut an, ja? Das hört sich gut an. Und gleich direkt hier vorne am Eingang an der Bratwurst. Jetzt habe ich meine Acht. Mittlerweile habe ich einen Hunger und einen Durst. Jetzt wird es Zeit fürs Zelt. Auf geht's. Fünf Tage Spaß, schon wieder so eine lustige Truppe. Also das, wenn es so weitergeht. Jetzt mache ich eine Wochenendpause. Am Montag geht's wieder neu los, dann geht's in die Wildstuben. Und der Treffpunkt ist Fraunhoferstraße, Trambahn Nummer 17. Wer dabei sein will, pünktlich um 11. Ich sage Dankeschön, schön was mit euch. Prost. Servus!